Ein neuer Lebensstil mit neuen Therapien, die nah am Menschen sind, kann man eine Lebensweise ermöglichen. Die Naturheilmittel sorgen für unsere Gesundheit. Das Interesse an Naturheilkunde in Studium und Forschung würde sich in vielen entwickelten Ländern weiter ausbreiten. Seit 1960 ist der Staat GUE ein aktives Mitglied der Wildgesundheitsorganisation und ist daran interessiert, die Naturheilkunde zu unterstützen. Von 12 bis 15 März 2023 veranstaltet der GUE eine internationale Ausstellung von Produkten und Dienstleistungen der Alternative Komplementär- und Naturheilkunde. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. Wir bitten um Voranmeldung. Es erwarten euch viele Überraschungen.